Es gibt eine Sache, wofür ich bei dem Pastor dankbar bin, wodurch ich, sage ich mal, geistlich erzogen wurde. Und das darf ich erwähnen, das ist Pastor Isaac Opon. Er hat mich zu einer Gebetsart eingeführt. Und das findet man in Epheserbrief 1, Vers 17. You see, many people, at times, you know, because we always want variety. You know, me, I settle on this thing. This is the prayer of the New Testament. When you begin to understand this prayer, when Paul begins to say that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, he's talking of grace and truth, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. It's the knowledge of him, you see, that is understanding trying to come in there. You see, so the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, not in the knowledge of science or whatever. Then he continues, he says, the eyes of your understanding. Hallelujah. So the understanding is talking about the hidden man of the soul. He says, the understanding there is that man, that real you. He says, these eyes be enlightened that ye may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the sins. And what is the exceeding greatness of his power to usward who believe according to the walking of his mighty power, which he wrath in Christ, when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principalities and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Und dementsprechend, dieses Gebet findet man in Epheser 1, Vers 17, und zwar ab Vers 17, nämlich viele Menschen, also auch viele Prediger, möchten gerne Verschiedenheiten haben, also variieren. Doch ich bleibe hier, denn warum? Hier gibt es Leben, hier spiegelt sich mein Selbst. Und zwar auf Epheser 1, Vers 17, da heißt es, und der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, der Ursprung von Gnade und Wahrheit, und zwar, der gibt, also der gibt uns, und zwar der schenkt uns den Geist der Weisheit und Offenbarung, in der Erkenntnis seiner selbst. Und das sehen wir in der Erkenntnis. Und hier wird den verborgenen Menschen der Seele angesprochen. Und wie geht es denn weiter? Er erleuchtet die Augen meines Herzens. Diese Erleuchtung, die Augen meines Herzens, das hat mit Verständnis, das hat mit Einsicht zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich erkenne, dass ich der Heilige bin. Halleluja. Und dementsprechend geht es denn weiter, damit er erkennt, welche Hoffnung, und zwar welche Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und die überragende Größe seiner Kraft an uns ist, den Glaubenden, und zwar nach der Wirksamkeit der Macht der Stärke. Vers 20. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und zwar, und wir haben auch gelernt, auf den Toten aufzuerwecken, bedeutet man weckt und zwar auf aus den Situationen, aus den Umständen, aus all dem, was der Mensch bedeckt hat und zwar verborgen hat. Du wächst auf durch dieses Verständnis, durch dieses Erkennen, dass du der Heilige bist. Du wächst auf, und zwar du stehst auf aus den Problemen. Und wie geht es denn weiter? Nämlich, aus den Toten auferwecken, und zwar zu seiner Rechten, in der Himmelswelt gesetzt hat. Und zwar weit über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern in dem zukünftigen genannt werden wird. Halleluja. Amen. Let's be on our feet. Lass uns bitte aufstehen. Just lift up your hands to God. Erhebe bitte deine Hände zu Gott. Say unto him the God of our Lord Jesus Christ. Sag bitte zu ihm, der Gott unseres Herrn, Jesus Christus. The Father of Glory. Der Vater der Herrlichkeit. Grant unto me. Schenke mir. The Spirit of Wisdom and Revelation. Den Geist der Weisheit und der Offenbarung. In the knowledge of the Holy. In the Erkenntnis des Heiligen. In the knowledge of myself, my true self. In der Wahrnehmung, und zwar meiner wirklichen Selbst. That the eyes of my understanding. Dass die Augen meines Verstehens. Be enlightened. Erleuchtet sein. It can only be enlightened people of God. Voll Gottes, das kann nur geschehen. Wenn der Vater dir seine Herrlichkeit vorstellt. Der Herr möchte seine Gemeinde verherrlichen. Gerade jetzt. Es gibt die Generation. Die Gott hervorruft. Sie wecken die Toten auf. They will do great miracle. Also großartige Wunder geschieht durch sie. They will not open the church. Und sie werden keine Gemeinde deswegen eröffnen. It's not relevant. Das ist nicht relevant. They will do great things. Sie werden großartiges bewirken. In the marketplace. Und zwar auf dem Markt. I see a mass of people. Und zwar ich sehe eine Masse an Menschen. Sweeping all over the earth. Und die fegen wirklich die ganze Erde hindurch. People establish in deep understanding of themselves. Menschen, die wirklich in die Tiefe der Einsicht von sich selbst gegründet und gewürzelt sind. Those that knows. Diejenigen, die erkennen. That everything which is outside of them. Dass alles was äußerlich von ihnen sind. Bow to that which is inside of them. Und zwar sie beugen sich zu alles was in ihrem Innern ist. I see people. I see people. That are rising. Die aufstehen. With the understanding. Mit der Einsicht. That life. Das Leben. And power. Und Kraft. Is not outside. Gibt es nicht von außen. Is inside of them. Sondern ist in ihrem Innern. I see them cultivating that power. I see them cultivating that power. I see them protecting that power. I see them protecting that power. I see people. I see people. I see people. Of great moral values. Und zwar von großartigem moralischen Wert. I see people. I see people. Of great wisdom. Von großer Weisheit. I see people. I see people. That carry solutions. Die Lösungen tragen. Of human plagues. Und zwar von den menschlichen Plagen. And they are meek. Und die sind demütig. They are quiet. Die sind sanft. They don't make a lot of noise. Ah, sie sind nicht überall am Tönen und am Lärmen. But their impact. Doch ihre Auswirkung. Is resonating all over the place. Oh, das schallt überall. That is the church. Aber genau das ist die Gemeinde. This is the church. God is raising right now. Aber genau das ist die Gemeinde. Die Gott hervorhebt. They won't make noise. Sie werden sich nicht lärmen irgendwo. But the wind of the spirit. Doch der Wind des Geistes. Will be so great. Wird so großartig sein. That people. Das Menschen. Will never deny. Sie werden niemals leugnen. The brightness of that light. Nämlich diesen Lichtglanz. Oh, my father. Hab Dankfache. Jesus said. Jesus sprach. In seeing you see not. Nämlich im Sehen siehst du nicht. In hearing you hear not. Im Hören hörst du nicht. You don't even understand. Du begreifst noch nicht mal. Because the matter was the understanding. Denn warum? Das Subjekt. Also das Thema war Verständnis und Einsicht. Es ist nicht das Spektakuläre. You see, people came to Jesus. Menschen kamen zu Jesus. And Jesus was so annoyed. Und Jesus war sehr und zwar aufgeregt. I know why you're coming. Ich weiß, warum ihr kommt. Because of the miracles. Aufgrund der Wunder. He said unto them. Er sprach zu ihnen. He says, perverse generation. Ja, eine pervertierte Generation. Evil and perverse generation. Eine bösartige und verdrehte Generation. The word perverse. In the Greek. Im Griechischen das Wort pervertiert. It means someone who goes into many directions. Das bedeutet jemand, der in vielen Richtungen läuft. He says, you are looking for a miracle. Ja, ihr sucht nach Wunder. There is only one. Es gibt nur eins. The miracle of Jonah. Das Wunder von Jonah. Jonah going into the belly of the fish. Jonas, der nämlich in den Bauch des Fisches hineingegang ist. God is drawing each and everyone into the belly of the earth. Und zwar, Gott zieht jeder von uns zum Bauch der Erde. The heart of your being. Und zwar zum Kern, zum Herzen deines Daseins. That you will be transformed from within. Damit du aus dem Inneren verwandelt wirst. Wenn du rauskommst. You will not be the person that you went in. Da wirst du nicht mehr die Person sein, die hineingegangen ist. When Jonah was projected out. Und zwar als Jonas rauskam aus dem Inneren des Fisches. His voice changes. Seine Stimme änderte sich. It carries power. It carries conviction. It was persuasive. You are powerful. You are powerful. Really you are. Wirklich, das bist du. You are blessed. You are blessed. I am not talking to the appearance that seems like you. Also ich spreche nicht zu der Erscheinung. I am talking to you. Ich spreche zu deinem wirklichen du. The word of God. Das word of God. The seed incorruptible. Und zwar ich spreche zu dem Samen. Den unvergänglichen. Father. We say thank you. Wir sagen danke. Nuture the word within us. Hege das Wort in uns drin. That true faith. Damit durch Glauben. Through the seed incorruptible. Und zwar durch den unvergänglichen Samen. We will have the understanding. Erwerben wir die Einsicht. That the words were framed by the word of God. Dass die Welten durch das Wort Gottes gestaltet wurden. Father. Thank you for this word today. Vater. Danke für dieses Wort heute. I pray in the name of Jesus. Ich bete in den Namen Jesu. That this word will reach on to each and every man, woman and girl. Dass dieses Wort jeden Menschen, jeder Mann, jede Frau und jeden Jungen, jedes Mädchen erreicht. Damit die Gemeinde aufsteht. Und Glaube wird in uns gegründet sein. You see, when faith is in your heart. Denn wenn Glaube in deinem Herzen ist. It drops every other thing of its power. Listen to me. Glaube zieht alles, entzieht alles andere die Kraft. That is why Jesus said. Und deshalb sprach Jesus. You will drink anything poisonous. Du wirst etwas Giftiges zu dir nehmen. And it will not hurt you. Und das wird dir keinen Schaden geben. Why? Warum nicht? Because when faith is developed in you. Denn wenn Glaube in dir entwickelt wird. When you understand your true being. Wenn du dein wirkliches Wesen verstehst. Every other thing. Alles andere. Lost its power. Verliert an Kraft. Because there is only one power. Weil es nur eine Kraft. You see, we talk about this most of the time in our preaching. Also in vielen Fällen sprechen wir über das hier in unserem Predikum. You know, it's not really getting. It doesn't really get in. Also das kommt leider noch nicht ganz an. It can only get in. Das kann nur ankommen. When you acknowledge the only power within. Wenn du die einzige Kraft in dir drin anerkennst. Then every other thing. Dann alles andere. Loses its power. Verliert an Kraft. Because there is only one. Weil es nur eins gibt. And that power. Und diese Kraft. Is inside of you. Gibt es in dir drin. Is the seed. Und das ist der Same. Is who you are. Und das ist wer du bist. You are powerful. Du bist Kraft. Oh my father. Oh my father. Just appreciate him. Oh virtue.